Wer spielt in Minden? Ja, auf jeden Fall. Man weiß nie, wer spielt in Minden. Jetzt haben sie das erste Spiel gegen Eisenach, die erste Mannschaft. Ich denke mal, da werden die guten Talente auch gegen Eisenach spielen. Ja, trotzdem, die haben eine starke A-Jugend, schon immer eine starke Nachwuchsarbeit. Von daher erwarte ich auch einen starken Gegner, der vielleicht auch nicht so berechenbar ist.